Hallihallo liebe Freunde Willkommen zu einem weiteren Rühnchen, die Elder Scrolls Online. Jetzt wieder 5 Uhr Vilandra und wir sind mal wieder auf Drachenjagd, es ist immer noch Elsweier Feierlichkeiten. Jetzt reite ich hier der Horde hinterher, das ist bestimmt falsch. Ah ne da ist er, hab ich noch gar nicht angegriffen, ähm wir sind hier aber, warum, wir sind doch noch gar nicht. Ehrlich. Aus! Ah, ich wollte gerade noch heilen, aber das war dann wohl zu spät. Komm jetzt schmeißt ihr deine Adronaichen. Oh, das war knapp. Ey, landet der direkt auf dem Kopf, der. Dem geht's doch wohl nicht gut. Ich muss ganz kurz hier raus. Sonst, äh, war das gleich die letzte Aktion die ich gemacht habe. Ah, Mist. Ah, scheiße hat's mich doch erwischt. Ich wollte gerade ne Wasserrolle, ne, ne Fluchthrolle. Das ist so richtig so gerollt und dann so auf dem Rücken. Ja, schön. Ja, Sau. Ehh. Hallo? Hey, jetzt. Oh. So. Mein erster. ah cool ist schon level 17 oder das portieren dahin etwas ich habe mich gerade schnell portiert deswegen ist noch gerade hoch getickt wir haben es ja ja die drachen das ist echt das war ja das war echt das war heftig weil im süden die l2 ja süd geht ja eigentlich mit den drachen wahrscheinlich bereuen dass wir jetzt hier lang weil wahrscheinlich wollen dass einer auftaucht genau wenn du brauchst du noch einen ist zwei ja da wird es dann bedenklich die l2 auskennt hat man was falsch gemacht denn ach komm her um was zu looten naja ich habe mich vermuten dasselbe ich habe auch hoffentlich finden wir heute etwas in bin bringt nichts wir halten da hinten reitet so ein pulkin ich habe schon einen widersacher mit waffenfertigkeiten das könnt ihr eigentlich mal machen hier sind so ein paar vögel ein paar dumme die könnt ihr eigentlich mal mit waffenfertigkeiten versuchen eins zu planieren die Ich will mit mir, kann man eigentlich gut auskommen. Oh, warte, da ist jetzt ein Drache. Kommt da. Los, komm runter. Nicht drüber fliegen. Ey, komm zurück. Wenn du jetzt da hinten ländest. Dann komm ich da hinten. Dann hau ich dich. Oh, mach deinen. Echt jetzt? Komm zurück. Woher jetzt landen? Nein. Zwei. Und wie zieht die Drache? Oh, nicht. Hübscher. 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 Okay. Gute. Ja, haste. Wow. 11.000 Schaden hinten mal gemacht. Das ist ja wirklich. Du hast 11.000 Schaden. Ja. Du bist denn. Das war die auch nicht. Na gut, war die Unity. Ja. Du bist denn. Das war die auch nicht. Na gut, war die Unity. Die. Die. Ich dachte, da muss ich nicht mit. Ich muss nur ein bisschen. Hier. Der fällt schon wieder. Auf jeden Fall erstmal wegschreien nehmen wir. Solange kein Drache da ist, kann ich auch zum Wegschreien reiten. Da muss ich auch mal mit dem Charakter die ganzen Questen durchspielen. Allein um zu leveln. Ach, ich kann mal wieder nicht reisen, weil ich irgendwas am hinteren kleben habe. Kämpfen? Ja, dann tue ich es leider mal kurz herhelfen. Ne, immer auch kein Drache zu sehen. Ja, die sind heute echt so ein bisschen... Ich sehe noch was zu töten. Ich bin nicht der einzige, der hier steht und guckt. Ja, mach das mal. Ja, da waren schon... Eigentlich war ich auch ein paar kleine Questen dabei. Ah, da ist er. Nimm mal einen. Der ist da noch am... Ja. 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 Fluchten. Fluchten. Ja, dass man sich einfach mal so eben von einem Punkt zum anderen wieder durchreiten kann. Das hasse ich ja immer. Das ist auch so ein Gebiet, da habe ich es nie gelernt, wie die Wege waren. Ja, ja, ja. Da ist das wichtig. Ich habe mich nicht in čина zuquent. Nein, ich habe das einiges gemacht. Ich habe das, dass ich nicht in der Zeit hätte hätte, gerne laufen können, wie die Ich kein Leben lassen kann. Das ist das wichtig. Das ist die Versteigerung. Ich habe das ein paar Menschen auszunfarbeifizieren. Ich habe das ein paar. Weil mir da hockt schon. Ich glaube das sieht nicht gut aus. Jetzt wird er es angegriffen. Okay, dann haue ich noch einmal. Geistrache. Lass mich hier raus. Was ist das alles? Weg sei Dank. Pass auf. Wow. Das wird wohl ein Kampf. Das wird wohl ein Kampf. Das wird wohl ein Kampf. Komm mal runter. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Komm mal ganz kurz. Ja, hätte ich noch gezählt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ähm. Bin ich völlig perplex. Ganz schnell. Du bist noch im nördlichen L2er, ne? Im Handwerkerviertel. Ähm. Moment. Nichts. Nichts, dass Alina in Südliche gegangen ist. Krämpen, ja. Krämpen ist nördliches L2er. Ist doch immer nicht. Das wäre doch fies gewesen. Jetzt hätte ich noch einen Drachen legen müssen. Ey, so waren die ungewöhnlich gewesen. So, dann werde ich gleich mal die Kassetten auspacken und die halb verdauten Taschen. Auf Rumsen, Ecke, richtig. Jo. Ciao. So. Feuer. Amulette. So. So. Oh. So etwas findet man nicht oft. Handwerkerviertel. Und noch einer. Und eine Schatzkarte vom nördlichen L2er. Also wenn ich da nicht schon... So, dann noch die halb verdauten auspacken. Nochmal die gleiche Karte im nördlichen L2er. Hier nur. Ja. Hier nur. Ja. 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 So. Jetzt gucken wir hier mal Handwerkerst. Drei Stück habe ich da noch über. Ja. Dann haben wir noch Vorlagen. Ah. Nicht. Wurf. Ne. 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 Das ist auch noch ein Handwerkerst. Ne. 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 Gibt es noch irgendetwas? Wieder Analysen-Schriften. Habe ich schon. Okay. So, dann... Frau mit der lieblichen Stimme, kaufe mir was ab. Ich finde, die hat voll die krechze Stimme. Die Tante da mit den Tränken. Also nicht krechze Stimme, diese hohe Stimme. Dann auch verwerten. Okay. So, so. So, so, so. So, so. So, so. aber hier müssen wir mal hier überall durchspielen und mal die ganzen questpfeile mal weg richtig nervt dann noch hier hier Und noch Ringe. Diese Ringe muss ich auch noch mal vier Stück herstellen gleich. Ja. die bestrebungen erledigt ok dann gucken wir noch mal kurz monturtisch gucken wir mal ob wir noch irgendwelche stile tauschen können ja und dann würde sagen wir mal zufallsverlies damit wir nicht auf die tausend kommen so ein bisschen auf die tausend ich brauche noch 15 level viele hauschen da würde ich auch gerne mal ein da wollen wir mal kurz gucken was welche gelöbnisse heute sind man die wieder annimmt ach quatsch machen wir einfach so ja 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 jo ja 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 ja